Ich glaube, dass wir bei weitem überschätzen, wie viele wichtige Entscheidungen wir im Leben auf Basis völlig fehlender Kenntnis treffen. Weil ich meine, wenn ich ein Haus baue oder wenn ich mich für einen Beruf entscheide, dann sind das oft ganz wichtige Weichenstellungen im Leben, die basieren auf der Kenntnis, die man in dem Moment hat. Und manche machen furchtbare Fehler und manche nicht. Und das ist gar nicht der Schlauheit des Einzelnen geschuldet, sondern auch einfach dem Glück des Momentes.